Willkommen zurück bei God of War Ragnarök. Wir sind in der Stadt der Zwerge, der Hauptstadt des, der Welt der Zwerge stehen geblieben, so ist richtig gesagt, Niederwelle hier und wollen hier diese Kneipe, Taverne finden, in der wir dann die Person finden, Dur, Dur, Durlin, Dur, ich suche nach Tierra, Norderwelle erkunden. Die Zwerge in Norderwelle sind nicht sehr gastfreundlich. Um Durlin aufzuspüren, müssen wir jemanden finden, der mit uns spricht. Beim letzten Mal haben wir es ja geschafft, die Welt der Zwerge zu erreichen, die auf zwergisch ebenfalls Niederwelle hier heißt, genau wie die Stadt, die Hauptstadt der Zwerge, in der wir jetzt nach Durlin suchen, weil der uns hoffentlich helfen kann, den guten Tierra zu finden. Soweit unser Ziel. Und an der Stelle lasse ich mal meine Kamera großzügig aus, damit ihr einfach mal hier alles so ein bisschen genießen könnt. Und guck mal da oben, äh, das ist Odin. Da ist eine Statue von Odin und da ist ein Rabe von Odin. Da oben, ich sehe ihn schon. Das ist wunderschön, oder? Mein Fisch ist frisch. Aha. Die Gebäude hier sind unglaublich. Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. Ja. Und diese kleinen Türen erst. Guckt mal. Sieht aus wie Hobbit-Häuser. Ja, oder als Werkhäuser, ne? Was ist das hier? Hä? Hä? Da ist aber ein Geschichtsbuch, ein Gedichtsbuch. Das sehe ich doch. Und eine Kiste. Oh, und guck mal, da ist ein Regenbogen im Wasserfall. Ernsthaft? Ich hoffe, wir können einen großen Teil der Stadt erkunden. Es sieht wirklich wunderschön aus. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. So ist es. Ich glaube, das sind die zwei Wege, wie man ein Denkmal bekommt, oder? Entweder, weil die Leute einen wirklich lieben, oder weil die Leute gezwungenermaßen ein Denkmal errichten. Oh, wie süß. Die kleinen Läden. Ein Vogelspion weniger. So ist es. So ist es. Zwei von 48. Ich finde, die Quote ist ganz gut, oder? Ja, die Odin-Rebellion hat auf jeden Fall nicht funktioniert, oder? Hängt bestimmt mit dem Ding unten zusammen, oder? Mit dieser Blockade. Hey! Neu-Wissens-Schriftrolle. Einkaufliste. Ich will nicht mehr von irgendwelchen Engpässen hören. Die Asen haben genau das, was wir brauchen. Meine Arbeit sollte nicht darunter leiden, dass es ihnen Spaß macht, uns Dinge vorzuenthalten. Wie dem auch sei, ich brauche ein Fassöl, so viel Bündel Feuerholz wie möglich, fünf Barren rein, Svatar, Fame, Stahl und, oh ja, verdammtes Essen gegen den verdammten Hunger. Toll. Danke. Das war wirklich eine... Lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit. Ja, ja. Kürbisse. Ich hoffe... Oh, Mann. Ich glaube, das war es schon, oder? Oh. Oder? Ich weiß, man weiß es nicht. Vielleicht ja auch noch nicht. Also, ich hoffe, wir können echt noch ein Stück mehr erkunden. Es ist so schön. Ja, seht man. Man kann so viel aus Wasser machen, ne? Wir haben so viele Naturmächte im Nachhinein hier. Feuer, äh, Feuer. Sonne, Wasser, Wind. Man könnte da so viel draus machen, oder? Man könnte... Jedes Haus könnte einfach ein Wasserrad haben. Man könnte die ganzen Flüsse oder, keine Ahnung, so umlegen, dass man viel mehr Kraft aus Wasser gewinnt. Dass einfach jedes Haus, genau wie hier, ein Wasserrad hat. Und aus dem Wasserrad kommt Energie, logischerweise. Und so kann man dann seine Lampen anmachen. Ganz einfach. Muss nicht immer alles kompliziert sein. Das zermalt vielleicht die Glut oder so. I don't know. Ah, hallo! Dreckige, widerliche Münder. Darf ich dann Bogen kurz haben? Den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien... Au! In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich... Ah! Schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld! Ich finde, am besten sieht man so etwas... Oh, Inaktion! Eine neue File-Art. Ich hatte nicht gedacht, dass du dir Hälfte aller Kreaturen im Nächterweil aufsteigst. Woher sollte ich wissen, dass die da sind? Warum sind die überhaupt da? Gute Frage. Wunderschweilt werden. Gute! Ge или Kalk? Gute! 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 Gut, also, Dürrlingen. Aha, Skalva. Sindri, weißt du, wo die Taverne ist? Sehe ich aus, als ginge ich in schmutzige Tavernen, aber die Kanalisation, in die du ein Loch gehauen hast, sieht ganz gut aus. Für dich. Sie müsste auf die andere Seite der Stadt führen. Andere Türen stehen euch hier auch nicht offen. Na, super. Skalva. 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 Gilt diese Ausgangssperre echt wegen uns? Meine Güte, ja. Odin hat dieses Reich so fest im Griff, dass jeder Außenseiter als Bedrohung gilt. Typischer für Odin geht's nicht mehr. Ja, wir haben ihn ja kennengelernt. Das passt aber ja, ne? Der ist ja ein bisschen... Ja, wobei, wärt ihr anders, wenn ihr Odin wärt? Ich glaube, da würde niemand seine Herrschaft anbrennen lassen, oder? Hm. Hi. Steht zu Diensten. Oh. Kratos kann jetzt Auferstehungssteine auf der Registerkarte Spezialgegenstände im Laden der Huldu-Brüder kaufen. Diese einmal verwendbaren Steine können Kratos aus dem Tod zurückholen, solange er nicht allein ist. Ein magischer Stein, der einen mit einer kleinen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie im Fall des Ablebens Quadrat, damit Ihr Begleiter Sie wiederbelebt, um wieder am Kampf teilnehmen zu können. Es kann jeweils nur ein Auferstehungsstein getragen werden. Hinweis wird nicht ohne Ihren Begleiter aktiviert. Haben wir geschenkt bekommen. 1.500. Das ist teuer. Was darf ich fertigen? Nee. Wir können ihn halt verbessern, theoretisch. Das bringt uns halt schon viel. Von 4 auf 12. Das ist schon heftig. Die Frage ist halt, wie lange wir die Rüstung halt behalten wollen. Dann sollen wir einfach mal die erste machen. Oh, geschmiedetes Eisen 5. Hey, was? Verbessern Sie eine Rüstung. Das ist mit den Rüstungen passiert, die wir dir schon gemacht haben. Hab sie benutzt. Tja, vielleicht kannst du auf diese besser aufpassen. Fähr dich nicht. Ah, Kratos. Das mache ich nur mit dir. Oh, das kostet nur 600. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Sehr gut. Oh, Vitalität. Haben wir nicht mal mehr gespielt, das Eisen für. Ei, 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 ei. Das geht aber auch noch einmal. Ruhenkraft und ja, come on, man. Ah, jetzt aber auch gut. Diesmal lässt du keine Spritzer drauf kommen, oder? Kratos? Werde ich. Ich antworte mal für ihn. Pass auf. Ja, ähm, Vitalität mehr ist natürlich geil. Ne, mehr Lebensenergie for free. Ich hab's mit dem Mikrofon. Äh, ja, trotzdem müssen wir nochmal hier runter. Denn jetzt bekommen wir wahrscheinlich, hoffentlich, möglicherweise, idealerweise, das hier auf. Was genau für eine Kraft steckt jetzt dahinter? So eine Art Magnetismus, oder was? Schlagablagerung. Noch ein Gedicht von Quasi. Liga der Grundkugel, die Darbietung. Einer dachte das Gedicht von Quasi, ja, Meister aller Poeten. Die Armeen versammelt, neun Krieger sollt ihr sein. Ausgeruht und gesammelt, lang wird der Krieg sein. Die Kugel hoch droben und Äste in der Hand. Ein Schwung, ein Zusammenprall, die Zuschauer stehen wie eine Wand. Neun Tage und Nächte kämpfen wir pausenlos, stoßen Vorwarten ab, sie wollen gewinnen, ganz groß. Bis irgendwann dann endlich der Staub sich lichtet und seine Armee als Sieger da steht und die andere vernichtet. Schön. Das war schön. Das fand ich richtig schön. Liga der Grundkugel. Das verstehe ich nicht ganz, was das heißen soll, aber das Gedicht war schön. Sehr schön. Das sieht ja auch immer schief aus, ne? So ist gerade. Auch nur, wenn das so ist, ne? Hm. Alles gut. Okay. Also es ist wirklich eine Ausgangssperre. Da macht es ja Sinn. Die müssen also alle reingehen. Aber vielleicht machen wir noch eine Art Rebellion. Vielleicht lösen wir ja noch die Zwerge aus dem Griff von Odin. Cooles Detail auf jeden Fall mit der Statue. Danke, Sindri. Ich glaube, du bist vor dem Zorn von Kratos erstmal sicher. Viel Glück. Jeder Außenseiter gilt als Bedrohung. Dient das dem Schutz der Zwerge? Es klingt so. Aber wie ich Odin kenne, steckt noch was anderes dahinter. Mhm. Die Taverne muss hier irgendwo sein. Vielleicht klopfen wir einfach an Türen und fragen nach dem Weg. Ich glaube, die machen mich auch. Ich kenne Grace etwas. Bitte was? Hallo? Sind Sie weg? Bitte was? Wuff, wuff! Die Vögel sind voll schön. Wie so Paradiesvögel. Aber hier ist nichts. Ganz kurz nochmal. Hier in der Ecke. Hm. Das Tor ist ja zu. Hallo? Ratte. Da höre ich doch Musik. Das ist doch die Taverne, oder? Was ist das denn? Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Eine Brandbombe. Vom Kopf der Anti-Odin-Propaganda während Dürlins Rebellion. Ah. Unentdeckt. Griebs Brandbombe. Ich bedauere vieles aus der Zeit, die ich in Svartafelheim verbracht habe. Aber mit dem allergrößten Bedauern denke ich wahrscheinlich an Grieb zurück. Grieb war eine erstaunliche, zornige Zwergenschreiberin. Ihre wütende Abhandlung gegen Odins Finanzimperialismus hätte die Zwergen vielleicht zu einer regelrechten Rebellion angestachelt, wenn sie sie weiterhin verbreitet hätte. Als Wortakrobatin war sie mir mindestens ebenbürdig, wenn nicht sogar überlegen, und ihre Leidenschaft und Wut verlangte jedem, der ihre Schriften las, Respekt ab. Als sie die Brandbombe nahm und Asenlager in Schild und Asche legte, folgten ja andere. Leider hat eine klare und laute Stimme den Nachteil, dass man sehr leicht zu finden ist. Propaganda konnte die Einherjahr verkraften, Brandstiftung eher weniger. Sie spürten sie auf und Grieb, sowie alle bekannten Exemplare ihrer Schriften, verschwanden. Ich hatte mir immer gewünscht, sie kennenzulernen. Ich denke noch oft an sie. Ich glaube, dass wir Freunde würden, wenn sie mich so kennen würde, wie ich jetzt bin. Hat das jetzt Mimir geschrieben? Vielleicht? Wo haben wir denn jetzt bitte eins übersehen? Das wurmt mich natürlich direkt, ne? Das war jetzt einfach so, just for fun, okay? Leute, ich habe eure Brunnenproblematik gelöst. Ihr könnt es wieder freischaufeln hier. Aber wo war denn jetzt das erste Artefakt? Was war zuerst da? Das Haus oder der Stein? Ich würde sagen, es ist Haus. Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst es! Nein, 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 das ist nicht wert. Das ist es in dem Fall jetzt tatsächlich nicht wert. Als Thor uns getötet hat und wir einfach nicht sterben durften, weil er uns nicht sterben lassen wollte. Ich finde das immer noch so geil. Ja, wie gesagt, das sehe ich ganz gelassen mit den Toten. Aber nochmal, wo war das erste Artefakt? Oh nein, Hühnchen. Oh, 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 oh. Ganz kurz. Ihr Sturzangriff ist stark genug, um deine Abwehr zu durchbrechen. Etwas Schnelleres und Starkes unterbricht diesen Angriff. Zum Beispiel eine Wurfwaffe. Easy. Aber sorry. Entschuldigung die Störung. Wenn du das verkaufen willst, verschwinde. Wenn du nichts verkaufen willst, dann verschwinde bitte. Also die netten, ne? Ihr habt es schon verstanden. Ihr habt es schon verstanden. Aber wo war das erste Artefakt? Das ist inakzeptabel so ein bisschen. Ich war doch überall. Ah ja. Okay, da haben wir noch einen Wagen. Das sehe ich jetzt erst. Aber wie kommt man da hin? Okay, das war wirklich nur so eine Kampfherausforderung. Ich suche noch einen Weg, ne? Hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Ich glaube tatsächlich nicht. Aber hier die Ecke ist noch komplett funktionslos. Kann ich auch noch nicht so richtig glauben, um ehrlich zu sein. Hm. Was ist denn da drin? Was machst du denn da drin? Was machst du denn da drin? Die Brücke ist offensichtlich blockiert. Wir brauchen dafür wohl Spezialausrüstung. Da kommen wir noch gar nicht rein. Okay. Was ist mit dem Artefakt? Ja, vielleicht kommen wir nochmal zurück. Ich habe eher so die Vermutung. Moment mal. Sehen wir das denn irgendwo? Karte. Wir haben es hier übersehen. In den Feuchtgebieten tatsächlich. Oh, shit. Dabei war ich mir so sicher, dass wir uns alles angeguckt haben. Na, ärgerlich. Ja, gucken wir mal. Vielleicht am Ende der Welt können wir ja vielleicht das noch nachholen. Moment mal. Achso, wir sind jetzt gerade über die Brücke gegangen. Ich bin schon wieder komplett verwirrt. Jetzt sind wir hier unten. Da sind wir hochgegangen. Und dann kommt man nur dahin zurück. Das wäre die Brücke. Okay. Jetzt sind wir ja hier oben bei... Genau. Und hier auch, ne? Okay, wir können also diese Gassierdinger nicht benutzen. Jetzt haben wir zwei Stück, müssen wir dran denken. Das heißt, dann müssen wir in den Feuchtgebieten nochmal nach einem Artefakt gucken. Dürfen wir nicht vergessen. Wo haben die denn alle so helle Augen? Sind das alles Odinsraben? Es gibt diese grünen, aber vielleicht gibt es ja noch mehr. Ich liebe Kratos' Nicht-Emotionen, ne? Okay. Let's do it. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ist der das? Sieht doch auf den ersten Blick ganz sympathisch aus, oder? Ist der Einzige, der sich nicht versteckt hat. Ernsthaft? Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh. Das sind bestimmt wir. Äh. Tja. Wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nun nach einem Freund von uns. Er heißt Dürrlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürrlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erkläre ich später. Mit dem Boot zu Dürrlins Büro fahren. Rap. Och Mann, geh doch auf die Codex-Seite. Rap. Rap. Ey, der hat ein viel cooleres Instrument. Der Zwergenbesitzer der Taverne in Nieder-Vellir. Er war mittelsam, äh mitteilsam, was Dürrlins Aufenthaltsort anging. Und mit seiner erbitterten Wut auf Mimir. Seine Taverne ist zu klein und das Gegenteil von einladend. Ich hoffe, er ist ein besserer Musiker als ein Wirt. Ist doch süß hier. Ich will von diesem Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut. Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Bitte was? Im Dienste Asgars? Was? Was? Okay. Altjofs Maschine stilllegen. Ratzvins Maschine stilllegen. Modvitniers Maschine stilllegen. Altjofs Maschine steht auf einer Insel mit einem riesigen Gerüst. Das Gerüst könnte sich als nützlich erweisen, während wir die Insel auskundschaften. Radvins Maschine steht auf einer Insel voller Monster. Es ist sinnvoll, auf der Hut zu sein, wenn man sich der Maschine dort nähert. Modvitniers Maschine steht auf der Insel mit einem riesigen Kran in der Mitte. Der Kran selbst könnte auch einen Blick lohnen. Verstehe ich das richtig, dass Mimir diese gebaut hat, diese Kräne? Und die aber Asgard helfen und wir jetzt quasi gegen Asgard sind und Mimir damals für Asgard. Ja, weil ihm gefallen Asgards. Ah, ich finde das echt schön hier, ne? Just saying. Der Anhänger ist sehr interessant, ne? Ist das ein Wolfskopf? Rethina und den Universistina und Dampen dran. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Ich liebe es, wie die einfach verschwinden. Hä? Ah, da oben. Kompass und Karte. Zwergen, Kompass und Karte können Kratos zum Zielen führen. Drücken Sie die linke Seite der Touchpad-Taste, um zur Karte zu springen. Mit linken Stick bewegen Sie sich auf der Karte umher. Mit dem rechten Stick zoomen Sie hier rein und raus. Ja, das hat hoffentlich jeder schon gefunden, oder? Orte auf dem Kompass verfolgen, indem Sie den Cursor darüber bewegen und Dreieck drücken. Orte verfolgen. Ah, ja. Drücken Sie L3 auf der Karte, um zur aktuellen Position zu springen oder eine aktive Kartenmarkierung zu wechseln. Die Seitenleiste zeigt den Fortschritt der laufenden Aufgabe an. Drücken Sie die Steuerkreuz unten oder oben zwischen der Welt und der Regionsansicht zu zwitschen. Das ist also die Welt zur Tafelheim und das ist jetzt Niedervelyer hier. Also wir haben insgesamt 13 legendäre Truhen, davon eine gefunden und die hier in der Stadt fehlt noch. Okay. Folgen Sie dem goldenen Symbol, um auf dem Pfad zu bleiben, oder verfolgen Sie Gefallen, indem Sie die blauen Symbole an den Kompass heften. Okay. Äh, danke. Sindri hilft uns natürlich jetzt nicht bei unserer Problematik mit dem... Bei der Problematik mit dem, äh... Bei Sindri klang es, als wäre Dordlin eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wer ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder? Da hinten war ein Dock. Vielleicht liegt dort ein Boot, mit dem wir zu Dordlin kommen. Vielleicht. Wer weiß das schon? Was haben wir hier? Okay. Okay. Kann sich jetzt halt auch geduckt bewegen. Das ist ja auch neu. Vorher war ja geduckt nur gerades Gehen möglich. Also die vorgegebenen Wege. Jetzt kann man geduckt auch selber entscheiden, wo man dann geht. Okay, ein bisschen Hacksilber. Beschwer ich mich nicht. Beschwer ich mich nicht. Das ist so schön. Ja. Jetzt haben wir natürlich immer noch nicht die Möglichkeit, durch diese Gas-Gasiere da irgendwie uns durchzuziehen oder so. Oder geht das einfach mit den Klingen? Nee, oder? Nee, er hat ja gesagt, dafür brauchen wir Spezialausrüstung. Okay. Jetzt könnten wir theoretisch zurückgehen und einmal alles erforschen nach dem Artefakt. Das würde ich aber nachher machen. Uns fehlen wahrscheinlich nachher eh noch mehrere Dinge. Wir müssen nochmal... Gleich bei den Felsen. Hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Wir müssen ja eh wahrscheinlich nachher nochmal einiges nachträglich erkunden, oder? Aber wow. Wow, wow, wow. Okay, und die hat er jetzt für die Asen gemacht, ja? Und das bereut er heute. Was mache ich wohl, hä? Was mache ich wohl? Sowas von erkunden, Mann. Wir könnten uns vor Tieres Rettung noch vorbereiten. Liegt bei dir. Äh, Abklingzeit dauerhaft um zwei erhöht. Nach dem dann doch recht tristen... Ähm, warum ist denn das jetzt blau? Nach dem doch ganz tristen Midgard mit dem Winter ist das natürlich jetzt hier echt eine farbenfrohe Abwechslung, oder? Ach ja, schön. Einfach genießen. Wimir, hast wirklich du diese Maschinen bauen lassen? Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und, tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. Mehr Details, bitte. Rohleder. Das ist eine Statue. Mhm. Eine schöne Statue sogar. Und das sind Wallknochen. Was ist das? Tod. Also hier sind die Beine. Das könnte mal ein Drache gewesen sein, oder? Gab es in der Zwergenwelt Drachen? Geheimregion entdeckt. Drachenstrand. Die Drachenskulptur ist nicht schlecht. Das ist ein Tatsche-Bomb, oder? Das ist ein Tatsche-Bomb, oder? Kauva! Kauva! Ja, natürlich, Tatzelwurm. Nur wenige bereisen das Land, in dem diese grabenden Mistkerle hausen und noch wenige überleben einen Angriff von ihnen. Sie bohren sich so mühelos in die Erde, wie ein Fisch durchs Wasser schwimmt und warten darauf, dass ahnungslose Seelen einen falschen Schritt machen. Ihre mit Stacheln versehenen Schwänze durchdringen problemlos Haut und Fleisch und durchfluten ihre Opfer mit Gift. Das ist eine absolute furchtbare Erfahrung, die durch ihren fast spielerischen Sadismus noch verschlimmert wird, mit dem sie ihre Opfer quälen. Axtwürfe gefrieren sie ein und verhindern, dass sie sich eingraben. Tatzelwürmer in die Luft zu werfen und anzugreifen, wenn sie zu graben beginnen, hält sie kurzzeitig vom Eingraben ab. Jaaa, Muspel-Hey, mit denen hatten wir unseren Spaß, ne? Jaaa, Muspel-Hey, mit denen hatten wir unseren Spaß, ne? New Person ausg uhen Lensionen sind. Oh Gott Ei die Was? Uwe Uwe Vorsicht, rechts! Skowler! Da ist wieder so ein Krabbeviech. Wir haben einen verfluchten Tatzelwurm noch bekommen. Ich will alles mitnehmen. Alles, 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 alles. Verfluchter Tatzelwurm. Wir wissen vermutlich mittlerweile alle, dass der Zusatz verflucht auf Gift hindeutet, oder? Das muss ich wohl nicht weiter ausführen. Die Spucke des verfluchten Tatzelwurms ist hochgiftig, sogar auf dem Boden. Ich glaube, dafür brauchen wir mehr Spezialausrüstung. Ja, aber wieso sieht der das hier denn? Ja, das ist total ärgerlich, ne? Wie soll ich mir denn merken, dass wir hier auch nochmal hin müssen? Haaaah. Hihi. Schmiede des Eisens, zerbrochene Rune, Rohleder, Schlagablagerung. Sehr schön. Okay. Hat jetzt in meinen Augen nicht so viel gebracht. Äh, ja, okay, Drachen. Ach, da ist die Drachenstatue, die er meinte. Okay. Achso, wir haben hier auch noch, okay. Drei Rune musst du finden, nicht eine sollst du sehen. Lalalala. Was haben wir hier? Ich glaube, da ist etwas. Mhm. Verdammter Mimir. Nicht atmen. Acht auf dein Atmen. Könnte sich auf die Luftverschmutzung an der Bucht beziehen, oder eine Warnung sei nicht schlecht, über Odin zu sprechen. Beides gleich wahrscheinlich, meiner Meinung nach. Mhm. Was bringt denn das? Mhm. Ich erwarte zu viel, ne? Äh, okay, haben wir hier jetzt noch was? Nee, nee. Drachenstatue. Aha. Nicht eine von den Runen haben wir gefunden, ne? Das ist... auch relativ enttäuschend. Ach, relativ enttäuschend. Ja. Und das ist ein Siegel. Eieiei, es ist aber... Aber ein cohort ist noch ein Siegel. Eieiei. Eieiiei, wunderschöne. Eieiei, wunderschön. Danke. Wir schauen mal, ob wir die hier oben haben, vielleicht. Jo. Das ist halt ärgerlich, ne? Wir kämen da hoch, kämen wir dann da rüber? Ne. Ja, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir dann diese Spezialausrüstung haben, also eigentlich alles nochmal angucken, ne? Zumindest hier in der Welt auf jeden Fall. Vielleicht ein Apfel, noch mehr Lebensenergie. Nice. Ah, eins von zwei. Okay, es wird gestaffelt. Nicht wie vorher immer gleich viele, sondern es werden immer mehr. Okay. Einverstanden. Ist auch eine coole Mechanik. Haben wir am Anfang direkt ein Erfolgserlebnis. Und jetzt baut das so ein bisschen... Baut sich das so ein bisschen auf. Ist auch okay. Okay, wir müssen noch die Dings zerstören. Die Fabrikanlagen. Ich denke mal, wir werden sowieso dann, wie gesagt... So oder so hier nochmal hin müssen. Drachenstrand. Unentdeckt, unentdeckt, seht ihr. Ist ja auch markiert, also alles gut. Das können also nicht alle Zwerge, was Brock und Sindri tun, ja? Nicht zwischen den Welten bewegen und irgendwo auftauchen. Ja, das ist eine seltene Fähigkeit, die vermutlich von einer geheimnisvollen Zwergengilde bewahrt wird. Wahrscheinlich ist es das Beste. Dass die es können, reicht mir schon. Und da ist Thor, okay. Okay. Äh, Sindri? Eine Pause vor dem Besuch bei Dürling? Sehr weise. Er kann anstrengend sein. Ja, so kann man es nennen. Was immer du brauchst. Achso, der kann einen neuen Panzer herstellen, ja? Nee. Kommt der denn jetzt her? Ah, nee, die ist schon herstellen, ne? Traditionelle Zwergenrüstung aus Nieder-Vellier-Erz, das von den Maschinen in der Bucht der Großzügigkeit in Svartafelheim abgebaut wurde. Die Handwerkskunst ist ohne zugleichen und erhöht die Vitalität des Trägers. Oh, um 10. Ei, ei, ei. Oh, mit den Drachen. Sehr schön. Ja, aber wir haben erstmal... Nö. Achso, da oben ist wieder dieses Ding, das blockiert uns den Weg, deswegen müssen wir erst den langen Weg klettern. Das habe ich auch so halb verstanden. Geimregion entdeckt, der Wachtturm. Nein. Immer noch hier... Was? Die Insel in der Nähe des Geysirs. Wir müssen den Schlüssel von dort holen und diese Tür aufschließen. Wir müssen... Ich muss... Einen sehr alten Fehler wiedergutmachen. Okay. Ich höre aber einen Raben. Drogarlöcher, bitte was? Fucking hell. Ich höre aber einen Satz. Ich höre aber einen, der Schnellschuss. Fuck. Uh, teilt der aus. Ist aber okay. Ist okay. Der hasserfüllte. Nee, wir wollen das schon richtig schaffen. Nee, nee, das ist mir noch nicht wert. Ja, ich glaube, wir haben einen der ersten wirklich starken Gegner gefunden. Äh, okay. Kriegen wir hin. Es macht halt Spaß. Ich glaube, ich spiele auch nochmal in Forbidden West rein, wenn wir hier durch sind. Habt ihr das gerade gesehen? Da ist doch gerade einer von Odins Raben. Boah, wie soll ich den denn treffen? Verdammte Traugatlöcher. Wir müssen diese untoten Mistfiecher alle ausüben. Erst schnell! Oh, das macht märzhaft aus. Äh, ich hab mich noch unter... Ich hab mich noch mal... Du brennst, Kratos! Ei, 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 ei. Ja, ähm... Ja. Ja. Vielleicht direkt die Klingen nehmen. Der darf sich auf jeden Fall nicht buffen. Verdammte Traugatlöcher. Wir müssen die Mistfiecher alle auslöschen. Er ist schnell! Du siehst in Flammen, aber das wusstest du was, Reilly. Du siehst in Flammen, aber das wusstest du was, Reilly. Du siehst in Flammen, aber das wusstest du was, Reilly. Die Nohalkeit ist unverlässigt. Du siehst in Flammen, aber das wusstest du, Reilly oder siehst du was? Du siehst! Du siehst! Du siehst! Du siehst. Du siehst! Du siehst! Nein! Nee. Nee, nee. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das schaffen wir auch ohne. Das schaffen wir auch ohne. Der war jetzt nicht so stark. Das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß, was ein Scheiß. Nein, gut. Aber die Klingen sind, glaube ich, besser für die. Die Klingen müssen diese unfrunden Misspieter alle auslöschen. Du brennst, Kratos. Es geht vorbei. Holy crap. Der hat uns ein bisschen Arsch versorgt, diesmal. Das war jetzt hart. Verdammte Draugarn. Wir müssen diese unfrunden Misspieter alle auslöschen. Das ist schnell. Du stehst in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich nicht. Du weißt die fünf Nächte. Ja. Du weißt schrägst hinein. Was macht Kratos denn? Warum hat der das Schild gerade nicht hochgehalten? Der hat den Schildschlag gemacht. Der sollte das Schild hochhalten. Nein, alles gut. Wie gesagt, wir sind optimistisch. Das wird häufiger vorkommen. Nicht die Nerven verlieren. Alles gut. Lass dich nicht unterkriegen. Du schaffst das. Hinter dir, Bruder. Sauber. Du schaffst das. verarschen alter nicht aufregen alles gut wir schaffen das der ist auch stufe 2 wir sind stufe 1 ja 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 Komm doch! Komm doch! Schau! Schauzer! Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Schauzer! Oh, den hab ich bis hierher gespürt! Weißt du, was das Problem ist? Ich kann's euch sagen. Man muss zur Seite, ne? Ich glaub, bei seinem roten Angriff muss ich zur Seite und nicht nachher. Ich glaub, ich hab's halbwegs verstanden. Was das Problem ist, hab ich halbwegs verstanden. Ist okay. We are learning by doing, alles gut. Ist kein Problem. Verdammte Draugarnöcher! Wir müssen nicht alle auflöschen! Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Autsch! Du kommst klar! Jaaaaah! Okay. Da hab ich jetzt das Schild nicht gezogen. Das war auch wieder meine Schuld. Ah, ich bin zu aggressiv und zu greedy. Und das ist ganz furchtbar. Es ist ein Misch aus meiner Schuld und der Schwierigkeit gerade. Verdammte Draugarnöcher! Wir müssen die Sohn! Du bist sicher alle ausgespürt! Draugarn, vor links! Jaaaah! 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 Aber sogar die killen uns halt mit zwei Treffern, ne? Das ist schon echt hart, ey! Ohhhh! Da war ich jetzt gerade aber wieder halbwegs raus. Es ist halt echt schwierig. Der Misch aus Fokus auf den Starken und auf die Schwachen. Es ist halt schon... Es sind halt schon drei Gegner. Verdammte Draugarnöcher! Wir müssen diese umzuten Mistliefer alle auslöschen! Jaaaah! 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 Du brennst, Kratos! Das geht vorbei. Oh, fucking hell. Sein blöder Mega-Angriff. Das ist gerade Tränen für die Valkyron, ja. Du brennst, Kratos! Das geht vorbei. Alter, hauen die rein, hauen die rein, alle, alle hauen so rein. Es ist ja nicht nur er, sondern auch die anderen. Es ist schon echt heftig, aber es ist okay. Wie gesagt, ich ziehe das jetzt durch, ist mir egal. Ja, habt ihr das gesehen? Und dann kommt der andere. Oh, heilige Scheiße. Oh, heilige Scheiße. Ja, meine Schuld ist aber schuld. Ich glaube, ich bin vor allem dran. Ich bin jetzt gleich gut. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr für die Einwanderung. Ich bin jetzt nicht mehr für die Aufmerksamkeit. Okay. Nie. Nie, ich sehe das nicht ein. Aber... Mal ehrlich jetzt. Ich komme halt nicht darauf klar, was ich bei diesem roten Angriff machen soll. Ich weiche aus und dann trifft er mich trotzdem. Ich kann nicht das Schild hochheben, weil rot ja bei Schild nicht klappt. Was mache ich bei diesem roten Ansturmangriff? Alles andere ist ja okay. Kann ich ja blocken. Verstehe ich. Oh. 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 Wieso? Wissen wir alle auslöschen? Drausen! Von links! Schnell! Schrauben ab! Du! Du brennst, Draus! Es geht vorbei! Geht's dir gut? Schauze! Ja! Genau den Angriff meinte ich. Was soll ich da machen? Ach, eine schöne Bescherung! Unausweichbar. In meinen Augen unparierbar, oder? Ja, aber alles gut. Alles gut. Wir müssen diese unbunden Mistbücher alle auslöschen. Schnell! Fuckin' hellig. Du brennst, Draus! Lass ihn vorbei! Schauwacht! Rechte Seite! Erwischt! Ja, es ist egal. Es war Quatsch. Okay. Wir machen folgendes mal ganz kurz. Wir gucken mal, ob wir kurz... Nee. Nee. Verdammt, Draugarnisch! Wir müssen diese unbunden Mistbücher alle auslöschen! Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Was soll ich denn da machen? Also mit diesem roten Ansturmangriff, da komme ich gar nicht klar. Also da verstehe ich absolut nicht, was ich da machen soll. Weil egal, was ich mache, er trifft mich halt. Können auch weggehen und den später machen. Was sehe ich noch nicht so richtig ein. Aber das hat schon mehr Sinn gemacht. Verdammt, Draugarnöcher! Wir müssen diese unbunden Mistbücher alle auslöschen! Mann! Wir bauen rein! Ah! 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 Skowlver! Erst schnell! Skowlver! Oh, ich bin aber auch blöd. Ich bin aber auch blöd, aber es war einer der besten Versuche bis jetzt. Also früh die anderen beiden rausnehmen, der alleine ist dann eigentlich reine Glückssache, glaube ich. Okay. Ist aber alles gut. Alles entspannt. Schnell! Du brennst, Kratos! Dann geht's vorbei! Skalva! Oh, den hab ich bis hierher gestoßen! Skalva! Ja, okay, also direkt geht auch nicht. Keine Ahnung. Also... Du hast schnell! Skalva! Ja, Rage halt weg, ne? Neuer Wissenseintrag. Die Hass erfüllten. Ei, ei, ei. Einem Drauger wie diesem bin ich noch nie zuvor begegnet. Die Kreatur kämpft, als würde sie von unendlichem Hass angetrieben. Sie ist aus einem Spalt in der Erde aufgestiegen, der sich schloss, nachdem wir das Monster besiegt hatten. Wenn wir auf mehr dieser Löcher stoßen, müssen wir sie schließlich schließen und alle Kreaturen vernichten, die aus ihnen emporsteigen. Weltenstaub, unübertreffliche Kohle, Hacksilber, Griffe, verfluchte Herrscherinnengriffe, Griffe, die eines einer Herrscherin gehörten, die die Götter herausfordern wollte. In den Feuern der Rache geschmiedet, trachten sie in den Händen ihres neuen Besitzers immer noch nach Tod und Verderben. Achso, was machen die? Stufe 2. Oh! Da wir das eh nie machen, nehmen wir besser die, ne? Hohe Glückschance auf mehr Stärke und Ruhenkraft bei jedem Klingentreffer. Schick. Schick. Schick, schick. Äh. Schlagablagerung. Okay. Ähm, was hat jetzt Mimir gesagt? Auf der Insel mit den Gasieren finden wir den Schlüssel. Und wie besiegen wir bitte diesen Raben? Okay, der kommt hier so angeflogen. Das hat doch sogar geplümmt. Bringen, aber nichts passiert. Okay. Okay. Sehr schön. Das ist so schön. Es ist wirklich so schön einfach. Ah, okay. Ja gut, wir müssen jetzt nochmal klettern, weil da brauchen wir ja den Schlüssel für. Ich vergesse das bestimmt alles wieder. Okay, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ähm. Ein Gefangener. Sozusagen. Nicht was. Und dann die Aussage erst immer noch hier. Oh Gott. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Und werden, äh, weiter erkunden. Und hoffentlich nicht noch mehr von diesen, äh, verhassten Draugern finden. Das sind ein paar Relikte des Zwergenwiderstands. Die nehme ich dir gerne ab. Einen. Äh, eines. Ein Relikt. Jut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit God of War. Und dann, wie gesagt, geht's hier weiter. Ich freue mich drauf. Ich mache direkt weiter. Für euch leider erst morgen. Ciao.